Ich hatte eine Lied, eine Mapreferenz. E-1594. Graham hat einen Tracker da gelegt. Vielleicht war es das Geil, um seinen Hacker-Friend zu finden. Willkommen, Citizen Graham. Wo würdest du gehen? Piazza. Piazza ist der Ort für mich. Es wäre mein Glück, Citizen Graham. Okay. So, fahren wir da mal hin. Wie gesagt, da ist ja das Museum und da müssten wir theoretisch auch die Karte finden. Jetzt müssen wir hier auch erst mal auf sein, ne? Ich meine, das war da hinten, denken wir, das Museum. Hier laufen wir da mal hin. Ich weiß nicht, ob es auf hat, weil es gar nicht so geschlossen hat. Da hat er immer nur zu bestimmten Uhrzeiten auf. Mal sehen. Dö, dö, dö. Steht euch jemand vor Person? Wollen wir mit denen reden? Und du hast mit deinen täglichen Pollen geschlossen? Du glaubst. Ich kann nicht erwarten, um zu finden, über den neuen Spankels-Flaver des Monats. Und ich weiß nicht, wie sie für die neue Ereignisse. Was? Was? Spankels! Insofern, ich bin froh, dass dein guter Wettbewerb in so guter Form ist. Herr Grundy, ich habe nicht erwartet, dass du wieder so schnell verletzt bist. Ein Tag, oder? Ich sage. Raquel ist hier in der Reflexion Bar, als wir sprechen. Sie wird zurück in kein Zeitpunkt. Ich dachte, du willst, wissen. Danke, dass du nachher schauen. Nein, danke dir. Du, hast du wirklich schnelles Gefühl gemacht da hinten. Jetzt, wie kann ich dir helfen? Um. Wie viele wissen Sie, Herr Grundy? Ich, äh... Listen. Ich wünsche, ich würde mich helfen, glaube ich. Ich habe einfach nicht gehört, oder gesehen, etwas von der Art. Aber wenn du etwas findest, komm und sprach mit mir. Das ist ziemlich der Ort, nicht wahr? Der Piazza. Du fühlst, wie du es nie gesehen hast. Oh nein, ich meine, es gibt ein bestimmtes... etwas in der Luft, nicht wahr? Das ist das Aspiration Day für dich. Just warten für heute Abend. Ja, okay. 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 Ja, wir können rein. Okay. Das erste Mal war es dann noch geschlossen. Da drüben sieht doch aus, wie es alte Kranz ist. Da drüben sieht doch aus wie es alte Kranz ist. Ein Freund, von dem ich letzte Mal in Union City kam. Mhm. Okay. So, wir gehen mal rum und gucken, ne? Was ist das hier? Minos. Was? Das haben sie doch aus dem Kratensystem, ne? Das ist das. Das ist das. Das ist das. Okay. Das ist wohl eine andere Karte. All das. Ja... Jetzt mal... Wir rufen mal alles her. Ich habe einen Heine hier, Kinder-Explanade. Saviour Joey, macht alles schön und hat nichts, aber Schreien. Saviour Joey, Saviour Joey, Saviour Joey! Was ist das da? Kann man da wieder was zu trinken bekommen? Dann haben wir auch mal wieder mit. Dann kriegen wir noch einen. Fluids, du brauchst sie. Wir tun es alle. Aber Wasser ist nicht nur schmerz. Es ist schmerz. Was ist ein guter Bürger zu tun? Das ist weshalb der famed Minister der Kraniohydrologer, Herr Spankels, hat... Spankels! Spankels ist viel mehr als nur deine hervorragende Dose von vitalen Fluids. Wenn du kannst, wenn du das mit Migros-Pleure ist, was das denn hier für ein Gerät? Wir gehen mal hier runter. Was ist das? Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. mycketrolleuter in der Joey Arm. sabe ich nicht sagen, habe ich dich hieruitere? Ja, Vater. Ich bin so... Person hat zu der Probleme geschenken vonzubaczynew möglichen Arm aus den Neverenニ — Der 그 Seite der тяж quantumThis geredetigen瑩! Die Kampf Alf. Das derecho waул die Serie! Natürlich bin ich, Vater, aber... Dann erzähl die Welt! Wie großartig ist diese Trif? Es ist großartig. Es ist was? Dieses Ort ist großartig. Danke! So richtig viel sind wir da nicht, aber... Da ist auch irgendwas. Das ist bestimmt da, wo wir rein sollen. Union City wünscht, alle Bürgerinnen ein glücklicher. Eine Aspiration-Brücke. Das hätte wohl das, was die zwei Besitzer bei der Joey-Arme haben. Eine Aspiration? Was ist mein Paar? Oh. ...einander über einen irradiativen Gap-Gap-Heap. Ihr selbst? Uh, in meinem Herz? Deine Antwort ist viel besser. Ist es mehr zu diesem Museum? Es gibt die ganze Geschichte Geschichte. Was die Union City war, bevor Savior Joey kam. Oh, wirklich? Ich würde mehr lernen über diese Geschichte. Ich habe gehört, dass es ziemlich deprimierend ist. Sie nur lassen sich in, wenn sie denken, dass Sie es tun können. Wie können sie das entscheiden? Die gleiche Weise entscheiden, dass alles andere. Kudos. Wie, wenn Ihr Kudos ist genug, oder in meinem Vater, ist genug genug, seit dem letzten Monat, Sie denken, dass Sie die Moral-Fiber können, um die anderen Seite zu machen, immer schütteln. Die Location E-1594 bedeutet nichts für Sie? Es ist ein falsches Kode aus dem alten System. Nein. Ich habe noch keine Ahnung in Geografie. Oder Historie. Es ist einfach so, wie, hallo, es gibt eine Grunde, dass wir die Mäste haben. Sie wissen? Eine Mäste? Perfect. Kann ich einen hier finden? In hier? Nein. In da? Ja. Der alte Historie Exhibit hat eine große, aber es ist ziemlich alt. Das könnte genau sein, was ich nach. Also, es gibt eine Mäste in der alten Historie Exhibit, zeigt die Stadt wie es war? Ja, und es ist alt. Alt war bei Ihrer Brosche. Ich mag Ihre Brosche. Das? Du meinst, dass du nie einen von diesen gesehen hast? Du musst aus der Gap oder so. Ich? Nein. Gut. Es ist ein Aspiration-Brosch. Der Künstler gewinnt den Menschen, die ihre Kudas jedes Monat haben. Social Climbers, sie sind als. Du musst eine unglaubliche Person sein. Was, ich? Nein, mein Vater hat die Kudas, natürlich. Sprech mit ihm, wenn du willst, wie du empfiehltest. Dann, wie hast du deine? Oh, Vater hat eine andere. Bringt ein Freund oder so. Also, sie sind transferable? Technisch, ja. Das ist das Social Climber-Statis für dich? Absolut. Erstens, jeder, die dich sieht, kann sagen, dass du ein Model-Citizier in den ganzen Monat hast. Hm. Sehr inspirierend, ich bin sicher. Eigentlich, das ist ein bisschen schrecklich. Jeder, die dich immer nur aufhörst. Es ist nicht so, dass du überhaupt nichts von dir bekommst. Nicht wirklich. Dann, was ist der Grund? Ich denke, wenn du wirklich interessierst, dann kannst du in der alten Historie-Rumme schauen. Vater, das ist so sehr gefühlt. Du kannst nicht aufhörst. Du kannst aufhörst. Du kannst aufhörst. Hey, listen, I know we just met, but I really was hoping to get one of those brooches. Need to check out the old history exhibit. Let me guess. You were hoping I'd give you mine. That's right. No offense, but you don't seem as evangelical as most Joey freaks. What's back there that's so important to you? I just want to know what it's like to be one of Union City's finest for a day. Oh, yeah. It's the real creme de la creme in there. You should go check that out. I'm just so fascinated by this arm. I'm really interested in that brooch. So I can tell. Why exactly are you so keen to get inside the old history exhibit anyway? The reaffirmation of my faith in Savior Joey, of course. Oh, yeah. Seeing life before Joey really puts things into perspective. Oh, man, ey. You should go check that out. I'm just so fascinated by this arm. I'm really interested in that brooch. So I can tell. Why exactly are you so keen to get inside the old history exhibit anyway? Do you ever feel like you're not being given the whole truth about the city? You mean how perfect everything is? Yeah. Sometimes it does seem a bit... If I were a cynic, I might call some of it a little unbelievable. Don't say that around my dad. He really buys into all this stuff. Hey, listen. You and me, we're on the same wavelength here. And it's a different wavelength than my father. He does seem very devout. Right? And honestly, just staring at an old arm gets dull. You can just walk out. But I'm stuck here. And you can just go into the back while I can't. I'll make a deal with you. You give my dad a reason to leave, and I'll give you this dumb thing. You in? Yes. Okay, I'm in. That brooch in exchange for your freedom. Finally. Praise Joey. Praise? Yes. Praise Joey. The girl had agreed to give me her aspiration, brooch, if I could somehow get her father to leave the museum. Give me the fact I can't talk about it, but I can always make a deal with her hands. The city wishes all citizens a happy aspiration day. Union City wishes all citizens a happy aspiration day. In the worst? Union City wishes all citizens a happy aspiration day. Vandalizing the museum centerpiece would have been a sure fire way to blow my cover. Bleib mal stehen, du blöde Ansage, brooch. Union City wishes all citizens a happy aspiration day. The droid was going around in a circle, repeating the same inane message. Okay. Wurden wir mit dem Hacker raus. Union City wishes all citizens a happy aspiration day. Union City wishes all citizens a happy aspiration day. Man, man muss sich doch jetzt hinkriegen, ne? So. Joys arm, gehst du aus wie ein sanft. Guck mal auf. Trink. Ein erbwürdigter Mann. Können wir mal reden? Ja? Also wir reden doch jetzt gar nicht mehr reden, aber... Die Steuerung ist echt nicht schon gut. Hallo da. Wahrscheinlich gehen mit ihm, da oben da oben. Oh, die Mäne ist immer auf Joey, das ist sicher. Was für eine Art Signale du bist? An diesem Punkt, alles. Ich bin so ein gewöhnlicher Bürger, um Joey zuerst, über alles zu stellen. Meine Arbeit, meine Frau und Frau, alle zweiten zu Joey, genau wie er wollte. Aber jetzt, ich schätze, dass ich aus dem Weg bin. Ever thought about a counselor? But who would deliver better counsel than the Savior himself? Okay, also wir haben jetzt natürlich ein Zeichen, aber... What are you hoping to learn from the arm? The next step to take, to a bright future. My vocation, my journey, destiny. And I'm nearly there. I've never seen the arm act so erratically until today. And what if you don't like what it has to say? Who am I to judge the will of Joey? This guy wasn't going anywhere without a sign from Joey. I had a feeling, without my intervention, he'd be waiting a while. Hey, mister. Yes? I've met toasters in this town with more conversational skills than you. Oh, I know. They're getting more eloquent every day. Ah, right. And I bet you shake hands like a limp fish. In the palms of Savior Joey, we are all but limp fish. St. James Club 11, verse 16. Of course. That's profound. Never mind. Okay. You kind of worship Joey, huh? Well, I mean, yes. But not just that. I'm looking for a sign. Joey, of course. When a man reaches our age... Our age? He starts to look for... Guidance. And what better thing to point me in the right direction than the arm of Joey himself? Joey's actual arm? Quite something, huh? Yes. The original arm that wrenched the city from the precipice of damnation. Didn't it just get stuck to a hand scanner? This very arm wielded a weapon so great it tore down a tyranny. This very arm wielded a weapon so great it toppled the heads of government. Forged a plowshare and rebuilt the city from the ground up. With this arm he plucked the eyes from the Hydra of Link. And gave them to the people so we all might see. All that by himself? Yes! Yes! All by himself! The whole story can be found on the stations around the hall. Okay. I better go and admire something. Keep a smile. Good. Union City wishes all citizens a happy aspiration day. That hand really didn't need to wave a sausage. Ach so. Irgendwas anderes hebe. Aber was denn? Vandalizing the museum centerpiece would have been a sure fire way to blow my cover. Warte mal. Union City wishes all citizens a happy aspiration day. Okay. Wir haben nichts. Irgendwas was er da rumwedeln kann vielleicht. Ich glaube wir ein Reinigungsroboter jetzt. Wir haben das odpowied displayed, ja. Wir finden was. Warte mal. Warte mal. Unions City wishes all citizens a happy aspiration day. Harte mal. Sehr gut. Wir haben die Einigungsroboter jetzt. Warte mal. Die drinnen. Warnung Citizen, cleaning route is active. Warnung Citizen, cleaning route is active. Diese Wasseraufschlussstation, die hat bestimmt was mitgetun. Das ist echt schwierig, da reinzukommen. Ok, ne, das bringt nichts. Gehen wir zum Roboter? Kinder-Explot. Gehen wir auch rein? Aufgeregt, ok, warte mal. Union City wishes all citizens a happy aspiration day. Geht das nicht? Jetzt. Guck mal. Wir machen mal. So. Guck mal, wie viel. Ist der hier so ein bisschen aggressiver? Mit Tiftel? Ja, wir müssen uns mit den Typen hier tauschen, der hier vorbeifelt. Wenn der Roboter dann rumfällt. Das müsste funktionieren. Das müsste funktionieren. Das müsste funktionieren. Das müsste funktionieren. Das könnte man die tauschen. Und dann mit dem Arm tauschen vielleicht. So, pass mal auf. Da hört das tauschen. Also die aggressiv wird. Was haut er da zu, oder oben? Können wir ihn nochmal... Das stimmt. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist das? Das ist das? Ja, das ist das. Das ist das? Ja, ich wollte auch... Das ist das? Sanft, okay. Sanft brauchen wir nicht. Können wir hier auch hacken? Nein. Nein. Es ist das? Es ist das? Was kommt er denn hin? Das ist das? Das ist das, was der Fahne der Ministerpräsidenten von Kranial Hydrologist, Herr Spankels, hat... Spankels! Spankels ist viel mehr als nur deine dägliche Dose von vitalen Fluids. Ich muss nicht mehr hier stehen. Ich muss nicht mehr hier stehen. Ich muss nicht mehr hier stehen. Ich muss nicht mehr die ganze— Ich она schier tres mal. Und? Was? Ich neunke die différence. Ich einfach nicht mehr. Herzlich willkommen! Come here and tell this man how much you love Joey! She really does, though. I better go and admire something. Happy Aspiration Day! Now, if you might stand aside so the savior and I can just me and... Okay, also, hm. Was gibt's denn noch hier für Sachen? Union City wishes all citizens a happy aspiration day! Fluids. You need them. We all do. But water isn't only scarce, it's dull. What's a good citizen to do? That's why famed Ministry of Plenty Cranial Hydrologist Mr. Spankles created Spankles. Spankles is far more than just your recommended daily dose of vital fluids. Every can is bursting with micro pleasure to boost your mood and your aspirations. What's that? No. Is there any other things? I'm sorry. Wait a minute. With the... With the... ...and not in? verlockend verlockt ist doch gut verlockend hört sich auch anders, ob er ihn dahin lockt oder nicht? probieren wir das mal aus all citizens a happy aspiration day gehen wir da runter ok Union City wünscht all citizens a happy aspiration day hallo again ah it's you is the arm telling you anything at the moment he's beckoning me closer he wishes to tell me something he's about to give me the answer i can almost feel it oh joey i am listening i better go and admire something happy aspiration day Union City wünscht all citizens a happy aspiration day ah verrücktes Ding nicht so gut, spiss auf dann brauchen wir das aggressive Ding nochmal brauchen wir das aggressive Ding ja nicht getan das sanft ich glaube ist das Ding, da haben wir das aggressive reingetan ich bin jetzt ruhig, aha ich weiß nicht mehr wo das war hier vielleicht? krampft ja ok ich weiß nicht, ob es der kommt komm her da unstinting and determined cooperation has allowed both cities to grow to become the richest cities in the world we stand together refuting the fake news spread by Hobart in their attempt to undermine our unity So, jetzt lassen wir ihn, hoffe ich ja, dass er ihn jetzt einen geballert bekommt, da. Was ist denn da? Union City wünschen allen Bürgerinnen einen frohen Asperation-Day. Ich hoffe nicht, klappt das, ob ich mir das vorstelle. Alert, Trajektorie und Stoppet. Union City wünscht auch einen frohen Asperation-Day. Joe, nach allem, was ich gemacht habe, um meine Kudos maximieren, warum hast du mich versagt? Ich habe so viel gearbeitet. Ich habe alles gemacht. Das ist okay, Vater. Es ist alles gut. Aber, Cecily, ich einfach nicht verstehe. Komm schon, Vater. Wir gehen dir einen schönen Spankel an den Café. Ja. Ich denke, das wird das Trick machen. Ich denke, es ist Zeit, ich probiere diesen neuen flavor. Ich habe sehr viel Spaß gemacht heute, Mystery Man. Ich habe sehr viel Spaß gemacht. Ich bin froh, dass wir ein Arrangement erreichen können, Frau. Featherbottom. Cecily, Featherbottom. Best Asperation-Day ever. Hier geht's. A deal's a deal. Until we meet again, May the light and wisdom of Savior Joey smile upon you. Happy Asperation-Day. Okay. Cool. Und geschafft. Super. Gut. Schauen wir mal, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Viel nach der Zuschauer bis dahin. Tschüss. Bye. Bis zum nächsten Mal.